Einen wunderschönen guten Tag, finde ich euch schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Heute machen wir was, was wir letzte Off-Season schon ein paar Mal gemacht haben. Ich habe wieder mein Glücksrad rausgeholt, mit allen 32 NFL-Teams drauf. Ich habe ein Team vorbereitet, in das wir die Spieler jetzt gleich einfüllen werden. Das heißt, ich lasse vom Glücksrad bestimmt, welche Spieler ich wo in mein Team reinpacke, beziehungsweise das Wo ist so halbwegs vorgegeben. Ich habe mir neue Regeln ausgedacht, die ich glaube ich noch nie hatte und das Ziel dieses Videos ist es, ein Team aufzubauen. Deswegen habe ich die Regeln auch nicht so krass eingesetzt, denn ich will ein Team aufbauen, was den Super Bowl gewinnen kann. Am Ende bin ich auf eure Meinung gespannt, wie wahrscheinlich ist es eurer Meinung nach, dass wir mit dem Team den Super Bowl gewinnen könnten. Und damit ich nicht der Head Coach sein muss, habe ich beschlossen, wir draften quasi auch einen Head Coach rein. Ich erkläre euch kurz die Regeln und dann geht's los. So, ihr seht hoffentlich, was ich sehe auf meinem Screen. Wenn nicht, wäre das ein bisschen ärgerlich und dann muss ich am Ende irgendwie eine andere Lösung dafür finden. Aber wir haben hier die NFL Teams und wir haben hier das Wheel Team, beziehungsweise hier wird am Ende das Team reingeschrieben in meinen, wie heißt das überhaupt? Ich habe vergessen, wie die App heißt, wo man hier was reinschreiben kann, aber was auch immer. Das benutze ich immer. Die Farben, muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach irgendwie gefreestyled. Die waren, also war halt einfach random irgendwelche Farben. Und ich habe jetzt immer geguckt, dass es halbwegs passt. Also bevor ihr jetzt sagt, nee, das ist gar nicht das richtige Rot von Kansas City. Ich weiß, ich habe einfach den Slider irgendwo hingezogen und gesagt, ja, passt schon halbwegs. Bei manchen Teams passt es besser, bei anderen ein bisschen weniger. Ich gucke mir gerade hier oben zum Beispiel Tennessee und Miami an, aber was auch immer. So, die Regeln für heute werden sein, ihr seht ja, ich habe deutlich mehr Spots in der Defense als in der Offense, weil ich hier die O-Line-Posten nicht einzeln besetze. Das Einzige, was ich noch überlegt habe, ist hier, statt einem Titan noch einen Wide Receiver zu nehmen. Also, das möchte ich jetzt von vornherein sagen. Eventuell packe ich da einen dritten Wide Receiver hin und wir spielen 10-Personal. So, aber bis eine von beiden komplett gefüllt ist, logischerweise bis die Offense komplett gefüllt ist, möchte ich immer hin und her gehen. Das heißt, ich fange an mit irgendeinem Pick in der Defense und dann gehe ich auf irgendein Pick in der Offense. Das nächste, was ich machen möchte oder was ich mir als Regel auferlege, ist, ich will nicht mehr als zwei Spieler slash einen Spieler, Head Coach, was auch immer, aus dem gleichen Team nehmen. Das heißt, falls jetzt das dritte Mal Kansas City kommt oder sowas, dann überspringe ich das und wir spinnen einfach nochmal. Wir hätten es auch theoretisch so machen können, dass ich jeweils nur einen aus einem Team machen kann oder nehmen kann. Das wäre dann nochmal ein Ticken schwieriger und ich weiß nicht, ob wir damit ein Super Bowl Team hinkriegen. Wenn ihr wollt, kann ich das aber auch nochmal machen. Und ich würde sagen, ohne weiter groß zu reden, fange ich einfach an und ich hoffe, dass das Ergebnis hier irgendwo steht und nicht rechts. Denn dann könnte ich es nicht sehen. Das sind die Chicago Bears. Alright, wir wollen Super Bowl gewinnen. Viele, 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 viele Optionen bei den Bears. Ich schwanke Richtung DJ Moore, aber wir könnten Jalen Johnson nehmen. Wir könnten Caleb Williams nehmen. Aber Defense Anfang ist schon smarter mit dem Hin und Her. Deswegen sagen wir mal, wir nehmen Jalen Johnson. So, schon erstmal zufrieden. Ich hasse das, dass er mir immer alles... Rechtschreibung. Ach, fuck, ich habe wieder dieses Ding, dass er irgendwo hinklickt. So, ihr wisst, dass es richtig ist. Hier übrigens auch Linebacker, Nickel. Eventuell packe ich da Nickel Corner hin, eventuell packe ich den dritten Linebacker hin. Ich will eine 4-3 spielen. So, das heißt, wir brauchen jetzt irgendeinen in der Offense. Und ich sage mal, Headcoach zählt da zur Not auch mit rein. Headcoach darf immer. Der unterbricht die Regel dann. Ähm, Houston. Oh, da haben wir auch super viele Optionen. Aber, ach, scheinbar... Da wäre ich jetzt wirklich gerne in die Defense gegangen eigentlich. Nehmen wir... Nehmen wir mit Houston schon... Vielleicht einfach CJ Stroud? Man könnte halt noch drauf warten, dass man irgendeinen noch besseren Quarterback kriegt, dass wir jetzt eventuell... Aber so viele gibt es gar nicht, fällt mir gerade ein, wo ich wirklich straight sagen würde, die sind auf jeden Fall besser. Äh, wisst ihr was? Wir nehmen CJ Stroud. Wir nehmen CJ Stroud. Ist auch gut für uns, weil dann direkt die Last ein kleines bisschen weg ist, noch einen Quarterback zu finden hinten raus. So, das heißt, die wichtigste Position haben wir jetzt schon mal set. Heißt jetzt, der nächste Spin muss wieder Defense oder Headcoach sein. Defense oder Headcoach? Wir kriegen direkt nochmal Houston. Da sind wir doch. Alright. Ah, wollen wir... Ich glaube, es muss... Ich glaube, es muss wohl Anderson Junior sein. Ich habe kurz überlegt, ob wir Daniel Hunter nehmen. So, aber das Problem ist... Ja, ich will dieses Jahr einen Super Bowl gewinnen, aber ich will halt auch insgesamt ein gutes Team haben. Okay, Houston ist damit weg. Falls Houston nochmal kommt, darf ich nicht nochmal nehmen. Wir sind jetzt wieder in der Offense. Guter Receiver wäre jetzt vielleicht ganz nice, um reinzukommen. Guter Receiver wäre ganz nice. Eckler ist raus. Nehmen wir nicht. O-Line auch nicht. O-Line ist vermutlich das Wichtigste. Jetzt, wo wir einen Quarterback haben. Headcoach natürlich auch. Aber ich würde sagen, es gibt mehr gute Headcoaches, als es wirklich richtig Elite-O-Lines gibt. Na, nehmen wir Terry McLaurin, oder? Ja. Alles andere ist Quatsch. CJ Stroud auf Terry McLaurin. Ist auf jeden Fall für Terry McLaurin schon mal eine positive Abwechslung. Okay. Das wollte ich vermeiden, aber das Ding ist, solange wir noch ein Defensive End frei haben, wir könnten natürlich jetzt auch... Weil sonst habe ich kein Defensive End mehr frei. Also die ganz klare Sache ist natürlich Max Crosby. Ich bin sehr froh, dass wir Defense gekriegt haben. Für die Raiders. Aber wir könnten auch auf Defensive Tackle... Ja, nee, Max Crosby. So. Anderson, Max Crosby ist schon mal brutal. Also bis hierher würde ich sagen, sind wir auf einem guten Kurs. Ähm, Cincinnati Bengals, wir sind in der Offense wieder. Das ist eigentlich eine safe Sache, oder? Ja, ja. Oh. Äh. Jamal Chase mit Doppel-Ir geschrieben, ja, ne? Was? Nein, Jamal Chase sieht komisch aus. Doch. Tatsache. Aber wisst ihr, warum es komisch aussieht? Weil ich... ...das vergessen habe. So. Das sieht immer noch komisch aus. Sieht so besser aus. Oh. Sieht alles komisch aus, aber vielleicht auch einfach, weil es unterstrichen ist. Egal, wir gehen in die Defense. Bills. Mir fällt übrigens gerade auf, dass da Redskins noch steht. Sorry, das hätte ich ändern sollen, aber was auch immer. Ähm. Commanders. Wir haben Optionen. Aber nicht die allerbesten Optionen. Ich könnte... Ich könnte mir vorstellen, dass ich auf Nickel gehe für Mike Sandler-Steel. Ich könnte natürlich auch einfach Payne draften. Ah. Jetzt ist halt die Frage. Ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir noch irgendwo anders gute Linebacker slash Nickel kriegen? Oder dass wir irgendwo anders gute Interior-D-Liner kriegen? Aber... Boah, Sandler-Steel auf Nickel wäre mir schon echt viel wert. Weißt du was? Wir nehmen Sam-Bressier. Boom. Okay, Offense wieder. Oder Head Coach. Tomlin, 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 Tomlin. Zack, boom. Ihr wisst genau Bescheid, was los ist. Äh, up. Toml. Mike Tomlin. Najee Harris wäre definitiv eine Option gewesen hier. Aber Tomlin, liebe Tomlin. Let's go. Let's go. Fühlt sich... Bisher? Also wir haben... Wir brauchen immer noch... Wir sind Defense wieder, ne? Okay. Ähm. Obwohl, was mache ich jetzt? Eigentlich wäre ich eh mit Offense dran gewesen, aber ich habe Head Coach genommen. Bin ich jetzt immer noch mit Offense dran oder bin ich jetzt mit Defense dran? Aber dadurch, dass wir sowieso mehr Defense haben... Das Ding ist jetzt, bevor ich sage, du willst ja nur Defense, ich nehme entweder David Njoku oder ich nehme Jeremiah Osukura Moore und ich bin so oder so extrem happy. Ähm. Wisst ihr was? Wir haben mehr Defense noch offen und die wären sowieso früher fertig, dann sagen wir einfach mal Defense. Defense hilft auch, äh, dass das einer meiner Lieblingsspieler ist. Hihihihi. So. Weiter geht's. Jetzt aber wirklich Offense wieder. Head Coach haben wir jetzt auch nicht mehr. Das heißt, wir müssen in die Offense. Mh. Ärgerlich. San Francisco 49ers. Offense. Weiß ich nicht, wen wir da nehmen sollten. Ähm. Ha. Nehmen wir eventuell einen Running Back? Nehmen wir eventuell einen Teil... Das Ding ist, wir könnten alles machen. Ich könnte jetzt Debo Samuel nehmen. Ich könnte Ayuk nehmen. Ich könnte Kittel nehmen. Ich könnte CMC nehmen, aber ich nehme natürlich CMC. Ist es MC oder ist es MAC? Ist es MC, ne? Ja, McCaffrey sieht falsch aus. Bei den ganzen Macs komme ich durcheinander. Sehr, sehr nice. Okay. Ich bin ehrlich, jetzt kann ziemlicher Quatsch passieren und ich bin mir relativ komfort... Oh yeah. Ja, safe. Das Team ist durch. Ich meine, okay, gut, wenn wir jetzt keine guten Safeties und Cornerbacks kriegen... Ja, und die O-Line. Ah, die O-Line ist auch noch... Vor allem, ich habe nur noch zwei Versuche für O-Line. Das habe ich jetzt ein bisschen verpennt. Oh oh. Oh no. Oh no. Ja, also wir müssen jetzt halt beinahe schon Ballinger nehmen, aber... Und ich weiß gerade nicht mehr, wie er mit vornamen heißt. Ich schreibe einfach Ballinger hin. Cody? Corey? Fuck. Ich habe O-Line verpeilt. Ich hätte... Ah, ich hätte vermutlich einfach die 49ers O-Line nehmen. Aber nee, wir brauchen McCaffrey. Okay. Jetzt erst mal Defense und danach sehr großes Risiko, weil wir einfach eine O-Line zugewiesen kriegen. Das... Ah, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist nicht gut. Rams. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Äh. Das ist nicht, was ich haben wollte. Das ist nicht, was ich haben wollte. Aber wir könnten... Also wir können den anderen Interior-D-Line-Spot jetzt zumachen. Und haben da auch zwei Optionen. Ich glaube, ich nehme sogar Braden Fisk. Da spricht vielleicht auch ein bisschen der FSU-Fan aus mir. Und man könnte argumentieren, dass die beiden zu ähnliche Sachen machen. Aber ich glaube, wenn man die O-Line... Äh, die D-Line am Ende hat, dann kann man sich nicht wirklich beschweren. Egal, was los ist. Alright. O-Line. Shit. Come on. Come on. Gib mir eine gute. Nein! Fuck! Also ist nicht... Es ist nicht... Ah! Es hätte deutlich schlechter kommen können. Aber es ist... Guck mal, wie knapp das an den Lions vorbeigeschrammt ist. Ich habe eben noch gesagt... Äh, überlegt auch... Ich sage, komm, Lions. Lions ist einer der besten. Oh, fuck! Shit! Ah! Okay, gut. Bucking is... Das... Das... Ja, naja. Naja. So, Defense. Cowboys. Aha, gut. Zählen wir Micah Parsons jetzt als Linebacker? Ne, mach ich nicht. Ähm... Ich könnte ihn natürlich auch einfach Draften als Off-Ball-Linebacker spielen lassen. Aber wir können auch einfach... Trayvon Diggs Draften. Trayvon Diggs Draften. Ja. Boom. So, Linebacker brauchen wir noch. Jacksonville Jaguars. Ja, nehmen wir doch mit Kusshand oder nicht? Obwohl, jetzt muss ich kurz überlegen... Ob eventuell Safety mehr Sinn ergibt. Aber eigentlich nicht. Ne. Vor allem, wenn wir nur zwei... Also, wenn wir Sub spielen und auf der anderen Jeremiah Owusu-Kuromoa haben und Sandry still ein Nickel... Ähm... Dann ergibt das schon sehr Sinn. Dings. Wieso komme ich nicht auf den Namen? Ähm... So, bin ich blöd. Jetzt muss ich Jaguars Linebacker hier googeln. Uluokun. Sorry, my bad. Ähm... Foye... Foye Sade, oder? Foye Sade Uluokun. So. Heißt, wir brauchen jetzt noch zwei Safeties. Ähm... Selbst wenn die jetzt nicht so geil sind, was halt... Also, die können halt auch nur so und so schlecht sein, weil es sind immer noch NFL-Safeties. Und wir können uns Starting-Safeties ausruhen. Aber unsere Defense ist so stacked, dass es eigentlich egal ist. Äh... Ah... Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ist Cameron Curl da oder ist Cameron Curl zu den Rams gegangen? Äh... Rams. Shit. Okay. Ähm... Ähm... Dann muss ich eventuell... Aber eigentlich will ich nicht. Eigentlich will ich nicht. Chin. Chin? Chin oder Forest? Muss Chin eigentlich, wa? Ja. 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 Das heißt, aber wir brauchen vermutlich jetzt auch einen relativ spezifischen Safety auf der anderen Position. Oh, Moment mal. Hatte ich schon zweimal Commanders? Falls ja, dann ist das jetzt der Erste. Okay. Ich gucke mir auch das Step-Shot nochmal an, um nicht zu vergessen, aber Falcons wird relativ auf der Hand liegen. Ähm... Wart mal, ich habe McLaurin. Warte mal, ich habe McLaurin und ich habe Sainry Steel. Ich kann gar nicht Chin nehmen. Ich kann gar nicht Chin nehmen. Das heißt... Oh, war Jesse Bates mit IE? Ja, ne? Ja. Das heißt, wir haben Bates und jetzt kommt der zweite Safety dazu. Hätte ich fast drei Commanders genommen. Ich Esel. Ah, Auckland will ich mir auch die Optionen angucken. Nicht, dass ich irgendwen vergesse. Ähm... Aber eigentlich... Ja, das ist jetzt die Frage. Bei manchen Leuten ist Apps vermutlich schon höher als Marek, aber... Obwohl, Apps ergänzt auch Jesse Bates vermutlich besser. Shit. Ja, ich glaube, wir müssen Marcus Apps nehmen. Einfach nur, weil er mit Bates besser zusammenpasst. Obwohl, hatten wir auch schon zwei... Ne, wir hatten nur einmal Raiders, ne? Nur Crosby. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwen dreimal genommen, ohne es zu merken. Aber eigentlich nicht. Wenn wir... Ey, wenn wir uns das Team angucken. CJ Stroud, Christian McCaffrey. Okay, ich glaube, Cody heißt er. Ich schreibe jetzt einfach Cody. Falls er nicht Cody heißt, dann heißt er jetzt Cody bei uns. Cody Ballage. Oh. Okay, Moment. Cody Ballinger. So. Ballinger. Okay. Terry McLaurin. Jimma... Wart mal, bin ich blöd? Ich habe mir einen Wide Receiver zu wenig gegeben. Okay. Schreibt mal ehrlich, ehrlich, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare, ob ich das... Oh, fuck yeah, bro. Ich habe so viel Glück heute. Ich habe vorhin noch so richtig überlegt, okay, irgendwie fühlt sich das an, als wäre heute so ein komischer Tag und ich habe super schlechte Picks und alles, aber am Anfang, dass es sehr einfach ist, die Spieler rauszusuchen, ist logisch. Aber guck mal jetzt hinten raus, ich brauche noch einen Receiver, ich kriege Mike Evans, ich brauche noch einen Safety, ich kriege Jesse Bates. So, also, ähm, ja, easy. Genau. McLaurin, Chase Evans, heißt McLaurin, Chase vielleicht auch manchmal im Slot. Buccaneers O-Line, easy. Will Anderson Jr., Max Crosby, Chris Jones, Braden Fisk, Jeremiah Worcester-Cormor, Foyzado Lurkun, Mike Sanresil, Jalen Johnson, Trayvon Diggs, Jesse Bates, Marcus Epps, Mike Tomlin. Also, eventuell, wenn man hier was kritisieren will an dem Team, O-Line vielleicht, Defensive Backs, vielleicht, aber auch eigentlich nur mit sehr, sehr viel Fantasie. Also, das Team, wenn es das Team gäbe und alle wären mit ihrem Vertrag happy und die Backups wären so NFL-Durchschnitt und so, sage ich, das ist ein NFL-Super Bowl-Favorit, oder nicht? Alright, ja, deutlich besser hätte das heute eigentlich nicht groß laufen können, ne? Ich glaube, wir hätten, wenn es wirklich so ein Ticken weiter rechts gewesen wäre bei O-Line und wenn wir die Lions O-Line hätten nehmen können, dann hätte ich gesagt, okay, das ist der Favorit aller Favoriten. Aber selbst wird der Buccaneers O-Line immer noch ein geisteskrankes Team. Wenn ihr Ideen habt, falls ich das Video nochmal machen soll oder so ein ähnliches Video mit dem Wheel nochmal machen soll, schreibt mir mal andere Regeln rein. So, die Regeln waren jetzt diesmal, ich darf nur zwei aus einem Team und ich muss Offense-Defense abwechseln und sowas. Wenn ihr ähnliche Ideen habt oder Ideen, die es ein bisschen schwieriger machen, das Team zu füllen, schreibt mir das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Eigentlich macht mir das Spaß, vielleicht mache ich dann nochmal so ein Video. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch gefallen habt, wenn ja, lasst mir ein Like, wenn ihr neue Seiten nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao!